Und später sagte ich, geh mit dem Hund noch einmal raus, weil er liegt schon den ganzen Tag im Bett und schläft. Sagte ich ja, doch ich möchte doch erst ne Bratwurst essen und dann mit Senf und Ketchup noch schön abschmecken. Sollte die Bratwurst auf dem Rost erstmal liegen, bevor ich rausgehe, es sollte erst mal mit dem Messer des Brötchen aufgeschnitten werden und die Rostbratwurst droppt das Bett schön aufs Brot. Und dann kam der Metzger und sagte, der Naturdamm ist leer und die Schweine werden nicht geschlachtet und die Gewürze sind leer und alles ist dabei, doch nur die Rost nicht, ja.